Es ist immer einfacher, gegen einen Offensivgegner zu spielen, weil ein Offensivgegner muss kreativ sein. Und wenn wir Defensiv spielen müssen, dann möchten wir gerne nicht so viel Platz verschicken. Und dann wird das eng. Aber gleichzeitig wird der Platz hinter den letzten Linien, hinter der vierkette von Sturmgräß, immer auch sehr groß. Und so wie wir wissen, wir haben sehr schnell angreifen. Und dann kann es ein sehr schönes, offenes Spiel werden. Und dann kann es einfach, sagt, dass jemand ein, was ein, was er gewinnt. Und dann muss er die Einladung sein. Und dann muss er die Einladung sein. Und dann kann er das Spiel. Und dann kann er nicht die Einladung sein. Und dann kann er die Einladung sein.